Dieser Mistkerl! Na komm schon, das kennst du doch, Leon. Das tut doch gar nicht weh. Sparte dich, Leon. Wenn du dachtest, bringe ich dich um. Und ich töte dich danach noch zweimal. Deshalb pass auf, das ist eine Falle! Pechschwefliger Hippopotamus-Propeller-Fansmist. Tja, Raban hat recht. Es sieht nicht besonders gut für euch aus. Und wenn ihr euch nur einen Nanometer bewegt? Passiert euch dasselbe wie den Dumpfbacken Michi! Ihr habt es gehört. Jetzt bringen wir die Sache endlich zu Ende. Nein, ich will das nicht! Besser lieber Gott! WDR mediagroup GmbH Da holt einer ganz sofort her und die anderen öffnen das Feuer! Aber gerne doch, Fabi! Was wollt ihr denn haben? Pfefferhaubitzen? Blutige Schleuder? Oder Kaugummi spinnt jeden Fesselkanon? Die Pfeffer mit Honig? Und ein paar Federn? Oder ein bisschen Pfeffer mit Chili gemischt? Feuer frei, Cassie! Das ist ne gute Idee! Und das tut echt weh! Zersöntel in den Augen! Und in die Nase! Und das hier! Rechts! Überall! Aber leider könnt ihr nicht passen! Das sind Kaugummi-Fans! Und vorgekommen! Verschwebende Krübenkrautkleben! Ah! Cassie! Los! Spart die Nase! Dann haben wir sie alle! Schaut das mal an! Schaut das mal an! Schnappt euch die Mädels! Leon, bleibt cool! Wir sind ja schon da! Leider, es ist zu spät! Hier sitzt du in der Falle! Dann sing doch mal! Leon, wo steckst du denn? Die schnappt jetzt zu! Ach ja? Glaubst du das wirklich? Das ist eine Blut-Egel-Schleute! Und wir haben ganz viele davon! Und was machen wir jetzt? Wir machen das, worum wir gekommen sind! Wir treffen uns bei euch in der Natternhöhle! Auf geht's! Was ist das denn? Das ist eine Blut-Egel-Schleute!